Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Contrast. Nein! Oh oh. Hui! Ein bisschen kaputt. Okay. Gehen wir mal da dann. Das ist ein riesen Raum. Okay. You may fire when you are ready, Gordley! Ei, ei, ei. Kugel 2. Feuere die Kanone erneut ab. Halt. Halt. Ah. Mist. Da war der Tentakel im Weg. Sieht aus wie ein Haken. Wäre auch zu einfach gewesen. So. Na klar. Das geht nicht. Mist. Aber ich weiß, wo wir hin müssen. Das ist... Nein. Wenigstens etwas. Das geht nicht. Wie kam ich denn da vorhin hoch? Nerv. Nerv. Fuck. Kann man das Licht nicht irgendwie verstellen? Das geht auch auf keinen Fall. Wie soll man denn da sonst hoch? Ich weiß nicht. Das ist doch scheiße. Äh. Solche Momente hasse ich. Der geht so schnell runter. Ich überlege jetzt krampfhaft, wie wir da hochkommen. Das kann doch nicht wahr sein. Von da oben geht's nicht. Und... Mann, diese Motorengeräusche, die machen einen langsam verrückt. Geht doch nur hier rum. Ah, na toll. Das ist doch zum Kotzen. Warum geht das nicht? Ich werd wieder ungeduldig. Wenn wir jetzt... Hat das vielleicht was mit dem Boot hier zu tun? Ich hab echt keinen Plan. Da oben ist die Kugel und da müssen wir auch hin. Na super. Och, ey, Leute. Was soll denn die Scheiße? Wenn man das mal irgendwie verlangsamen könnte. Es geht nicht. Man kommt nicht hoch. Man kommt nicht hoch. Vergiss es. Warum kann man auch hier nicht lang... Also irgendwie finden wir hier total viele Probleme. Und hier rüber gehen bringt nichts, weil wir da halt nicht lang können. Da geht's nirgendwo hin. Ich bin gerade ein wenig überfragt. Ah, die Fähigkeit haben wir ja auch noch. Na also. Na ja, so kann man auch die Tür aufmachen. Na also. Na. Och, ey, Leute. Jetzt wird's nervig. Fails on enden nicht. Ich kann mich einfach nicht mehr konzentrieren. Ich reg mich gerade überhaupt nicht auf. Überhaupt nicht. Ist alles gut. So, ein Mist. Äh. So. Nochmal. Natürlich. Das war so klar. Das war so klar. Vielleicht... Ah... Haha, cool, so geht das. So, steig mit Didi ins Boot, dann steigen wir mal mit Didi ins Boot. Ich verpasse den letzten Schlag. Ich hab die Kanone da links schon gesehen. Soll ich da rein? Nein. Soll ich da rein? Ähm, wie könnten wir, wie könnte man, ach natürlich. So kommen wir jetzt hier nicht mehr hin. Ah, da haben wir die Kugel. Nein. Nein. Genau. So. Die fahren wir jetzt da hoch. Beladen damit die Kanone. Und schießen. Doch. Haben wir. Oh. 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 Oh, ich weiß, da簡isch nie ist auch diezu vom. Ich weiß, dass das nur ein anderes Gefühlpletsiersdam. Oh, ich weiß! daddy bought it I bet there's just like one thing he forgot to do and that's why the whole ride isn't working it's probably in the control room or the engine room or something like that come on it's dark out there how are you gonna climb on shadows if it's dark it's not too fast hey this is that maintenance room I was talking about why didn't daddy do it I bet he didn't even read the instructions I think we can reach ach du scheiße puh I knew it I knew it was something simple I think all we need to do is pull these levers at the same time are you ready okay three two one go I think we fixed it I think we fixed the whole thing yeah der zirkus ist wieder alive rungstraft freigeschaltet selbst ist die frau Geh jetzt so ein Zirkuszelt. Na mal los. Genießen wir die Vorstellung. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Heyho und willkommen zurück nach diesem Video auf der Endcard. Hier nochmal so ein kleines bisschen Werbung für ProfitLP, also für mich. Du kannst jetzt auf meinen YouTube-Channel gehen und dir weitere Videos angucken oder mir auf Twitter schreiben. Kritik und so ein ganzer Bullshit. Oder auf Facebook würde ich natürlich auch vertreten. Was jetzt hier nicht eingeblendet ist, ist Google+, aber der Link ist unten und Skype auch. Schau mal vorbei. Ich freue mich über dein Kommentar, Abo oder sonst irgendwas. Würde mich freuen und würde auch meinem Kanal helfen, wenn du und auch andere Leute meine Videos weiterhin sehen wollen. Und ja, vielleicht überlege ich auch mal irgendwie mal Livestream zu machen. Oder auch nicht. Ich weiß es noch nicht. Gut. Stay tuned und wir sehen uns dann im nächsten Video, wenn du dabei bist. Jetzt muss ich jetzt drauf Und da haben wir relationships mit uns. Was das ist еще? Bis zum nächsten Video, zu Colon descon quartz. Was das ist ja nicht so använd, was ist wie etwa die Dann bis zum Schluss. Vielen Dank.